Dieser UPS-Lieferant wartet sehnlichst auf den Feierabend. Im Städtchen Silver Spring im US-Bundesstaat Maryland wirft der Zulieferer sämtliche Pakete aus seinem Wagen. Kartons in allen Größen sind dabei, auch ein Staubsauger landet unsanft auf dem Gehweg. In einem Statement von UPS heißt es, diese Art der Auslieferung bringen wir unseren Fahrern nicht bei. Wir konnten den Fahrer aus dem Video bereits identifizieren und haben entsprechende Maßnahmen getroffen. Gerade zur Weihnachtszeit, zu der man Geschenke gerne online bestellt, kommen solche Bilder für UPS ungelegen.